Was wollt ihr? Ich bin ein einfacher Diener. Ich will mich nicht einmischen. Ich mache keinen Ärger. Ich schwöre es. Hör auf mich. Glaube mir. Macht er wirklich keinen Ärger? Was meint ihr? Glauben wir ihm oder bringen wir ihn um? Ja, ich rieche auch Verrat. Weil der hier irgendwas hackst. Und ich wette, da unten beginnt gleich ein Bosskampf. Wir werden es nicht einfach, wenn ich ihn töte. True. Ich meine, ich kann bei einem Second Try auch noch töten, ne? Ah, da hast du recht. Komm. Hey, pst. Er hat da ein Vöglein gezwitschert. Du hast doch kein Abo dagelassen. Schnell, hol's schnell nach. Kriegt keiner mit. What the fuck? Interessant. Götzenbild. Götzenbild. Hört das da nie auf. Wow. Ich finde es auch interessant, dass der Boss da hinten einfach so steht. Dankeschön. Okay. Wow. Okay. Die hat sich jetzt verdoppelt. Oder verdreifach. Wow. Nein. Wie assi ist das denn? Woran erkenne ich, wo das Ding ist? Woran erkenne ich, wo ich es die richtige ist? Okay, die ist die richtige. Scheiße. Wow. Yo. Okay. Das ging schnell. Okay. Wait. Wo bleiben meine Seelen? Ja, ich habe keine Seelen bekommen. Hier haben wir es gar nichts von der Welt. Jetzt soll auferstehen auf ewig. Okay. Hier kann ich nicht hoch. Ich soll auferstehen auf ewig. Sag nicht. Oh, weißt du was? Ich habe eine Befürchtung. Kann das sein, dass der Typ diese Götzenstatue jetzt immer wieder auferstehen lässt oben? Darfst du hier ihn tatsächlich erst töten müssen? Dass der gerade gerufen hat von da oben? Weil ich kann hier aus dem Nebel raus. Das ist nicht normal, dass du aus dem Nebel rausgehen kannst. Ich bin ein einfacher Diener. Ich will mich nicht einmischen. Ich mache keinen Ärger. Ich schwöre es. Aha. Okay. Okay. Probier es mal mit dem gleichen Pattern. Nein, okay. Diesmal ist es nicht. Scheiße. Ich glaube, die, die zuerst erscheint, ist es nämlich. Nein, okay. Die ist es nicht. Wow, du kannst das daran schon sehen, wenn du sie anvisierst. Interessant. Die ist ja echt leicht zu durchschauen. Jetzt haben wir sie. Oh. Körper wieder hergestellt. Der ist richtig. Die ist nicht. Untertitelung des ZDF, 2020